Der Goldpreis steigt und steigt und bald könnte es jetzt noch einen weiteren Faktor geben, der den Kurs nach oben schiebt. Einigen Analysten zufolge könnte die weltweite Goldproduktion nämlich ihren Höhepunkt überschritten haben. Was macht das Peak-Gold mit dem Preis, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei Filoro TV. Ich bin Joachim Brandl. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Im Jahr 2023 lag die weltweite Nachfrage nach Gold bei 4.448 Tonnen. Die weltweite Produktion allerdings nur bei 3.644 Tonnen. Wir hatten also ein Angebotsdefizit. Der Markt konnte nur durch das Recycling von Altgold zufriedengestellt werden. Und wenn man einer Gruppe von Analysten glaubt, dann wird sich diese Situation noch verschärfen, denn Peak-Gold, also der Höhepunkt in der Goldproduktion, könnte unmittelbar bevorstehen oder sogar schon erreicht sein. Die erste Warnung kommt von Paul Manalo vom Standard & Poor's. Die Rating-Agentur kommt in einer jährlichen Analyse zu einem interessanten Ergebnis. In den Jahren von 1990 bis 2023 gab es auf der ganzen Welt 350 große Goldfunde mit einem Volumen von 2,9 Milliarden Unzen. Dazu eine Definition. Ein großer Fund bedeutet, dass er mindestens 2 Millionen Unzen umfasst, und zwar in Reserve, Ressourcen und vergangener Produktion. Beim Erschließen eines Golddepots kann vorab nie ganz klar sein, wie viel Gold sich daraus schürfen lässt. Manche Goldprojekte erreichen erst nach Jahren die 2 Millionen Unzen, um als groß zu gelten. Daher wird auch die vergangene Produktion in diese Berechnung mit einbezogen. Also nochmal, 350 große Funde von 1990 bis 2023 mit einem Volumen von 2,9 Milliarden Unzen. Aber, und diesen Trend sieht man hier sehr deutlich, nur 5 davon seit 2020. Und die haben insgesamt nur 17 Millionen Unzen gebracht. Das heißt also auch, dass die jüngsten Funde im Schnitt 3,5 Millionen Unzen umfasst haben. Die Funde von 2010 bis 2019 waren mit einem Schnitt von 5,5 Millionen Unzen bedeutend größer. Es werden also nicht nur weniger Golddepots entdeckt, sie werden auch noch kleiner. Und das ist, laut Manalo, kein gutes Vorzeichen für das Goldangebot. Seiner Meinung nach könnte der Höhepunkt der Goldproduktion schon 2026 erreicht sein. Dann könnte das Angebot sinken. Sie wissen, was jetzt kommt, aber ich mache es schnell. Abonnieren Sie uns. Gleich hier unten. Auch drastischer sieht es Richard Mills von Ahead of the Herd. Für ihn ist der kritische Moment bereits gekommen. Peak Gold, it's already here, sagt er. Von ihm kommt auch das Beispiel, das ich ganz zu Beginn gebracht habe. Die Goldnachfrage 2023 konnte nur mit über 1200 Tonnen Recyclinggold gestillt werden. Die große Frage ist jetzt, ob die Industrie dieses Defizit mit neuen Funden wieder ausgleichen kann. Eher nicht, sagt Mills. Die Zahlen sprechen dagegen. Für ihn liegt das unter anderem daran, dass große Minenbetreiber lieber darauf setzen, bei bestehenden Projekten tiefer zu schürfen und kleine Unternehmen kein Geld haben, um sich auf die Suche nach völlig neuen Funden zu machen. Eine Hoffnung liegt jetzt tatsächlich im hohen Goldpreis. Der spült nämlich auch mehr Profit in die Kassen der Minenunternehmen, die damit wieder mehr in die Erforschung neuer Golddepots investieren können. Es gibt noch einen anderen Faktor, der den Goldpreis weiter anheizen könnte. Chantelle Schieven von Capitalite Research sieht in den derzeit herrschenden geopolitischen Spannungen die Hauptgründe für die derzeitige Rallye. Und diese Gründe werden nicht verschwinden, sagt sie. Sogar wenn zum Beispiel der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte, wonach es derzeit natürlich nicht aussieht, aber sogar wenn der Krieg vorbei wäre, das tiefe Misstrauen zwischen den westlichen und den östlichen Ländern wird bestehen bleiben, sagt sie. Immer mehr Länder werden also versuchen, sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen und Gold kaufen. Schieben sie sogar die 3000-Dollar-Marke in Reichweite bis zum Jahresende, wohlgemerkt. Das wäre nur ein Anstieg von rund 10 Prozent, wenn man sich die bisherige Jahresperformance anschaut, also keineswegs ausgeschlossen. Wir haben also möglicherweise eine Trendwende beim globalen Angebot und andererseits globale Krisen, die die Staaten und die Menschen zum Gold treiben. Und was denken Sie, wo werden wir zum Jahresende stehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video oder per Mail an tvstudio.filoro.com. Außerdem hier nochmal die Erinnerung. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie nichts von uns verpassen oder lassen Sie einfach ein Like da. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank.